Lampenfieber bei Evelyn Burdeki, 30 Die Dschungelkönigin gab am vergangenen Freitag ihr Tanzdebüt bei Let's Dance. Die Blondine, die als Tolpatsch und Quassels Trippe bekannt ist, überraschte dabei mit einer tollen Performance. Elegant und sexy zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin und Heimster am Ende 14 Jurypunkte ab. Doch so cool sie sich auch während ihres Auftrittes gab, im Nachhinein gestand sie, so viel Angst habe sie auch gehabt. Nach der Show sprach Evelyn mit RTL exklusiv darüber, welche Überwindung sie der Show-Auftakt vor dem großen Publikum gekostet habe. In der Schule hatte ich schon bei zwölf Menschen Angst. Immer wenn sie sich schäme, würde sie rot werden und anfangen zu schwitzen. Doch nicht nur mit ihrer Angst hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin zu kämpfen. Ich habe von meiner Mutter Celia Leid geerbt, an den Oberschenkeln, gestand Evelyn. Sie habe Angst, dass man das sähe, doch sie will es jetzt auch offen zeigen. Vielleicht kann ja Evelyns zukünftiger Tanzpartner ihr dabei helfen, die Angst komplett zu überwinden. Sie bekam nämlich am Freitagabend Let's Dance-Neuling Jovani Vino-Korov zugeteilt und ist über diese Entscheidung sehr glücklich. Ich habe ihn direkt in mein Herz geschlossen, erzählte sie.